Wir sind weiter über Hotline, das Gewalt in Blut, noch einmal wieder Blut, was von großer Tranker-Versammlungsbereitschaften für diesen Land gestützt war eng in längs der dänischen Hauptklon 2015, zunächst ein Jahr in Dänemark, bei Blut, zu Wackendorf. Dieser Fuss wird sie auf dem Diagonalen verzaubert, Viva Westfalia, von der Station Ontenbrink, und bei Viva Westfalia, bei seinem Vater, nämlich Jürgenberger Burgpokal, mit Isabel Freese, für sich entschied, in beeindruckender und alles überragter Art und Weise. Wer geht es bei Viva Westfalia, lütterlicherseits. Das sind noch ein bisschen Schnappen, genießt mich sieben, Viva Westfalia, jetzt heben wir das Hergangs-Zwein. Vielen Dank für die nächste Fuss des Vitaeis, Kölnstein, Viva Westfalia, Sie sind viel zu leise. Johannes Kliefer, der Sonne, danke schön.